Jetzt kommt es wahrscheinlich bald zu regnen. Ich bin auf dieser Seite von der Strecke Ospern-Oed Richtung Marchecke. Wie man sieht, hier hinten ist es schwarz-schwarz. Das ist hier einmal von dieser Seite. Der Regen kommt, ich mache mich wieder unterwegs. Bye-bye. Ich bin weiter gefahren. Von hier hinten bin ich gekommen. Hier in der Zuglinie Richtung Ospern-Oed. Hier vorne ist die Seestadt. Hier ist das lustige Haus, das ich meinte. Speziellfarbig. Hier ist die Seestadt von einer holprigen Art und Weise. Wie ihr seht, habe ich hier auf der zukünftigen Stadtstrasse respektive S1 Spangen. Wobei, wenn der Lobautunnel kommt, noch die S1 Spangen. Aber das macht nichts. Jetzt sind ja schön alles grün, 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 respektive rot und blau mit dem Mohn und allem. Jawohl. Da vorne steht wahrscheinlich die S80. Also, Hoffnung besteht, dass der Zugang zu der Seestadt gemacht wird. Und dann ist das Endefeuer. Dann ist nicht nur U2 Ende da, sondern auch die Stadtsstrasse. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Und da kann man leider, glaube ich, nicht drüber fahren. Ein leichtes Problem. Oder doch nicht. Schauen wir mal. Da ist irgendein Stellwerk. Da kommt die S80. Das ist mein Zug, am Morgen. In die Stadt Wienrhein. Und da ein bisschen Eindruck vom Norden von Ospernod. Ah ja, ich kann ja da weiterfahren. Was ist denn da? Ein Eis. Aha, ja, blau-gelb. Also, da sind wir bei Ospernod. Ein Tröpfle. Also, ich... Er kommt mir hinten an. 99 a und ich biege ab links. My Rider. Und die Brücke, wenn es mich nicht täuscht. Der Regen verfolgt mich. Wow, da seht ihr. Jetzt ist es wieder mal auf diese Art und Weise. Da ist ja, wie vorhin sehen wir, die Högl Stadtstrasse. Da haben wir jetzt zum Glück noch schöne Felder. Puh, da hinten ist ein schwarz bist du gesagt. Also, ich mache mich definitiv auf den Heimweg. Die Autobahn kommt auch gleich nach Hause. Also, ein schöner Donnerstag, 8. Juni, Geburtstag vom Gino. Das schmeckt gut. Also, ihr seht es. Es regnet. Und da hat es ja sogar noch einen Veloweg. Im Moment ist es leicht zu tröpfeln. So ist die Brücke. Jawohl, jetzt passt es dann richtig an. In zwei Minuten bin ich zu Hause. Was ist der? Hier ist es doch noch nicht richtig heftig regnet. Links Sonnenallee. Das wird dann bald mal gemacht. Dann ist das Seebogenquartier. Hier die grüne Oase, wo früher die Landebahn war. Man sieht es noch immer. Da sind noch in den Pfosten rein gefahren. Auch in den. Also, hier ist die Landebahn. Halleluja. Achtung, Schwelle. Also, es tröpfelt. Der Regen ist da auch noch keine Richtung. Ich habe Schweinequartier. Wie gesagt, diese schönen Blumen. Tschüss zusammen. Wie man sieht, habe ich Glück gehabt. Da sind wir im Norden. Schweinequartier. Ja, wie das grün und rot ist. Von den Mondblumen hell. Da sind wir in Oste. Seibogenquartier. Da habe ich noch die Farbe des Wassers. Das wäre krass. Das Fläderhäuse. Das Fläderhäuse. Da sind wir im Oste. Da blitzt es auch schon. Vielleicht die Brei. Vielleicht die Brei hier hinten. Vielleicht hat es geblitzt. Jetzt kommt eine Deutung. Von Nordosten. Da oben bin ich Velo gefahren. Bei jemanden, die es gerne wissen, ja. Jetzt kommt es. Es deutelt herrlich. Die Farbe. Zwei sind natürlich noch im Wasser. Noch einen Blick zu drücken, bitte drücken. Das kann ich euch sagen, das ist frische Luft pur. Und ein bisschen drücken. Gute Bütze hier. Das wird eigentlich nie wieder. Noch ein bisschen, das ist ja noch ein bisschen. Schön, ne? Ein bisschen drücken. Hallo. Ich bin jetzt hier verschwinden. Komm an, Fritz, wo bist du? Ich werde nicht mehr, oder? Ich bin hier. 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 Bist du? ... und Blitzitzkopf, aber... ... und... ... und... ... und... ... und... Okay.